Hallo meine Lieben, wir sind im Pullmann Hotel in Dresden angekommen. Ein wunderschönes Hotel, schaut mal, schön begehbare Dusche, tolles Zimmer. Wir sind natürlich im 13. Stock untergekommen, vielen, vielen Dank. Und wir haben auch eine schöne Kaffeemaschine und einen mega tollen Ausblick. Begrüßt sind wir auch schon schön worden. Toll. Und das ist der Ausblick von unserem Zimmer.